So Leute, willkommen zu einem kleinen und etwas anderen Video, und zwar battlen ich und der Skunkie, uns, in Mortal Kombat 9, und ich nehm den Smoke, äh, was war das denn gerade? Ich hab keinen Plan. Manchmal, da stört es irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Boah, gegen Smoke kann ich auch gar nicht spielen, Alter, mein Kumpel nimmt immer Smoke und der fickt mich nicht mehr weg mit dem Spiel. Ja, ich hab den gestern aus Versehen genommen, und, äh, war gar nicht so schlecht. Also, muss ich jetzt wie ein Arschloch spielen. Ich kenn noch eine Vitality auswendig. Ich auch, ich kenn sogar, ne, einen kenn ich auswendig, die anderen beiden müsste ich nachlesen. Ach ja, ich hab drei Vitalities. Ich hab noch einen, äh, ne, ich hab einen richtig krassen, oh Gott, ich hab einen richtig krassen, oh, ich hasse es, äh, oh, okay. Oh Mann, ist das schön, Alter. Fuck. Oh nein, oh, ja, in your face, so, jetzt geht's aber los hier. Von hinten. Ja, so hab ich mich gestern auch gefühlt, als ich im Mundschweig gespielt hab. Oh nein. Yeah. Ich hab... Like a boss. Ach komm. Immerhin nicht flawless, ja. Ja, das stimmt. So, jetzt, weil, weil es so schön aussieht. Nein, jawoll, sehr gut. Weil es so schön aussieht. Nein, ich wollte gerade meinen einsetzen. Autsch. Der arme Brustkorb. Yeah. Wie ging der ja nochmal, Alter, ich weiß es grad, okay. Hä? Du kannst ihn blocken. Das ist ja richtig asiel. Deswegen mach ich vorher immer das hier, damit du halt, da kannst du nämlich blocken, wenn ich dich mit dem Ding gefangen hab, wenn du nicht rüberspringen würdest. Was hab ich gerade, ach, das war, hab ich das gemacht? Hilfe. Ah. Okay, du bist dann auch, ah. Ich hätt Skopit spielen sollen. Ich kenne mit, äh, Snoke eigentlich überhaupt keine Kombo. Oh, ich bin überfordert. Ha. Oh, Mann. Snippel den. Oh. Achtung, Schande. Yeah. Den kann ich noch. Oh, oh, ich nehme jetzt, äh, Johnny Cage. Der hat so einen geilen Fatality, ne? Ja. Aber ich kann mit dem, ich hab gestern die Story angefangen. Und war eigentlich gar nicht so schlecht. Moment. Hätten wir nochmal auswählen können, wenn ich jetzt auf Einnehmen gedrückt hab. Äh, gedrückt hätte. Gute Frage. Ich dachte, man hätte direkt ein Rematch gemacht. Äh, wie? Ja. Vielleicht, wenn ich einen Raum einstelle? Äh, kann auch sein. Aber dann scheinen ja noch andere. Obwohl, wer Spiele spielt noch. Privatmatch. Ich glaube, bei eigentlichen Spielen spielen noch ganz schön viele, aber den Rest eher nicht so. Ich hab versucht, äh, ich hab 10 Minuten versucht, Mitspielerspiel zu finden, ne? Hab bereits gefunden, aber Äh, wo bist du denn? Öfter mal ging's nicht. Wex! Okay. Und irgendwie stört dein Handy gerade so ein bisschen. Ehrlich jetzt? Ja, ich hab ihn schon weggeworfen. Oh, Mann. Ähm. Ich find das mal geil, wenn ich aber nicht mal Nachrichten bekomme oder so'n Kack. Scheiß Smartphones. So, ich... Wie nehm ich denn, Alter? Moment, ich muss mal schnell was umstellen. So, jetzt dürfte ich wahrscheinlich leise sein. Ein bisschen, ja. Ja, gut, weil... Ich hab schon gemerkt, ich hab, äh... Mein Mike hat übelst übersteuert. Äh, bei Rainbow Six. Okay, mit Noob Cyborg kann... Oder Cyborg... Ach, kein Plan, wie er heißt. Moment, wen wollte ich nochmal spielen? Johnny Cage. Der war genau wo? Ah, nix. Hier. Wo kommt der eigentlich aus welchem Spiel? Johnny Cage? Ja. Mortal Kombat. Echt? Ja. Wie kommt der Name so bekannt vor? Aber nicht aus Mortal Kombat. Hm. Naja. Noob Cybot, so heißt er. Jetzt aber. Na komm. Ey. Jawoll. Ey. Ey. Was zur... Autsch. Das kann ich nur machen. Wie ist das denn? Ich weiß. Ja, genau. Ist klar. Das kannst du aber auch blocken, einfach nur. Ja, ich... Wie? Äh, du hältst RT gedrückt. Okay. Dann mach ich so eine coole Rolle, wenn du... Oh, ja. Äh. Halt mal RT gedrückt. Moment. Okay. Dann mach ich das ja. Dann kannst du mich sch... Kannst du mich schlagen, währenddessen. Okay, Moment. Aber sonst kann ich auch kein... Oh, okay. Cool. Autsch. Alles klar. Haha. Ah, was kann ich denn alles? Huyuken! Oh. Warte, kann ich mich jetzt nicht verteidigen? Tatsache. Ah! Wie, kannst du nicht? Ehrlich jetzt nicht? Ne. Ist ja voll cool. Ah! Ach, verdammte. Ach, was... Ach, du hast diesen Scheiß-Dings, ne? Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh. Autsch. Mach diesen dämlichen X-Way-Move. Da geht nur, wenn ich dich halt dabei angreife. Oh, okay. Kotz mir auf den Fuß, du ekelhafter Bastard. Alter. Du widerlicher Penner. Ich nehm meine Stimme gar nicht auf. Ich bin so gut. Okay, das Video geht's nur bei dir. Alles klar. Sehr gut. Oh, nein. Lass das. Lass das. Ja, alles klar. Alter, echt. Boah. Oh, nein. Nein. Fuck. Ich liebe es auch, wenn die Kombos nicht funktionieren. Geht doch. Ach, komm. Ja, kannst du eigentlich auch noch mehr als das? Nein. Ach, geht doch. Verdammte. Ey, das ist... Es ist so mies. Oh, nein. Oh. Lass das. Jawohl, komm. Jeder Mortal Kombat Pro wird jetzt wahrscheinlich noch heulen. Ah. Ich glaube auch. Ich fiel auch einfach keine Korn mit dem Hühnen. Oh, verdammt. Nein, nicht schon. Nein. Oh, ich bin doch gewinnert. Ey, es ist so mies. Das geht gar nicht. Ich weiß. Ich will auch gewinnen. Nein. Aberkut. Oh, komm, wirklich. Nein, ich weiß nicht. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen muss mit ihm. Keine Ahnung. Nee. Fuck. Das war ein richtig mieser Sieg, ja. Ich weiß deine Fatalities einfach mal nicht. Wer ist das denn? Achso, das waren dieselben. Moment. Hier ist es noch mal. Ah, spielen. Okay. Ah, okay. Spiel mit Bandits. Alles klar. Okay, wen nehme ich jetzt? Ich nehme mal Skorpion. Ich glaube, ich nehme auch Skorpion. Dann kenne ich wenigstens mal die Angriffe. Und eine Vitality. Hast du, okay, du hast wahrscheinlich das normale Kostüm genommen, ne? Ich glaube, links, links, X, RT. RT? Das weiß ich jetzt gar nicht. Warte, was kann ich da auswählen? Hä, wenn ich auf X-Trick? Was soll denn? Na ja. Warte, ich muss kurz. Ich suche die... Ich suche die... Ja, 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 ja. Das ist gar nicht. Moment, Moment. Jetzt muss ich... Welcher bin ich denn von den beiden? Ich bin der rechte. Oh, komm, wirklich. Ouch. Ja. Alter. Du kennst alle, ich habe viel zu viele Angriffe mit dem. Ich weiß. Ich spiele auch nur ihn. Ich spiele erst gestern. Also das Feuer ist unten zurück, Y. Das kannst du auch nicht... Unten zurück, Y. Also wenn du jetzt so, wie du jetzt stehst, unten links, Y. Ah, okay. Das kann man auch nicht blocken, das ist das Witzige dabei. Wow. Ja, ist geplant, jo. Oh, oh. Nein! Ich wollte gerade noch... Noch, fuck. Wolltest du gerade dein X-File machen? Ja. X-File machen sollen, Alter. Ich wollte ihn jetzt für diese Runde auch bewahren. Ja, ich... Hüppelkämpfer drüben? Kein Plan. Irgendwelche Menschen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass du dein Dings machst, Alter. Jawoll! Hä, was? Nein! Geblockt. Ich hasse es, dass man sowas blocken kann. Ich finde das witzig. Ich nicht? Du kannst es nicht blocken. Haha. Ich mache das einfach nur zufällig. Okay, warte. Haha. Das machst du gar nichts. Haha. Fuck! Haha. Ich weiß nicht, wie es geht. Scheiße. Mann. Feil. Da will man erst mal mit Erdboden versinken. Und verschwinden. Oh, ey. Ich krieg's kotzen. Der witzige ist, ich habe mal ein bisschen... Ey, wir spielen jetzt einfach mal zwei, die wir noch überhaupt nicht gespielt haben, okay? Oh, cool. Ich habe... Okay. Hast du jeden schon gespielt, oder? Nee, das nicht. Oh, gut. Gut, gut, gut. Äh, wen habe ich noch... Ja, ich habe eigentlich so gut wie je noch nicht gespielt. Ähm... Äh, wen habe ich denn zum Beispiel noch... Der sieht komisch aus. Der habe ich noch nicht gespielt. Oh, ich will mal den spielen. Ist das ein Predator? Nee, das ist Cyber-Sub-Zero. Cyber-Sub... Ah, okay. Sieht einfach nur aus wie Predator. Ja, ein bisschen, ne? Habe ich auch schon beim ersten Mal dran gedacht. Da gibt es auch einen, der aussieht wie Kratos. Das ist Kratos. Achso. Aber den gibt es nur noch für Playstation 3-Version. Blalalalalalalala. Ah, first. Oh. Ich muss einfach so ein paar Kombos rausfinden, ja? Okay. Okay. Ich habe den Kamehameha. Yeah. Ja, ja, komm. Okay, ich habe Zeit. Sonst noch irgendwas? Nein. 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 Oh, cool. Oh. Was ist das denn? Okay. Oh, was war das denn? Ah. Das nicht. Warte mal. Ich kann kein Dings machen, Alter. Was kannst du nicht? Ich kann kein X-Mail machen. Na ja. Dann macht nur einer auf den hier. Ach, was sagst du denn? Ach, komm. Es geht einfach nicht. Ich kriege ein... Ach, warte mal. Das ist bestimmt... Okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nein. Okay, aber ich weiß, wie er geht. Verkackt. Du musst ihn in der Luft machen. Na toll. Ey, das... Ich weiß, es ist unfair, ne? Fick dich doch. Das geht doch nicht. Alter. Okay. Eis. Eis. Nein. Nein. Verdammt. Oh, fuck. Hey. Oh. Hey. Haha. Haha. Nein. Geh doch mal weg. Oh. Weg. Schöne... Wow. Okay. Ist das ein scheiß Charakter, Alter? Oh, cool. Ich habe Saw Calibur gefunden. Oh. Oh. Oh, das war mal. Was ist denn? Okay, okay, okay. Komm, ich will gewinnen. Ist nicht. Ist nicht. Haha. Verlaupte. Ich spiele jetzt echt mega safe, ne? Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. So. Baraka wins. Fuck. Barak, Barak Obamas Bruder. Baraka Obama. Baraka Obama. Oh, fuck. Ich habe noch gar nichts. Scheiße. Jawoll. Ja, genau. Genau, die Hälfte des Lebens. Geil, ne? Sonst noch was? Lass mich. Nein. Jawoll. Ah. Mann. Ah. Ist nicht so schlimm, ich blute blau. Ich bin Papa Smurf. Wie habe ich denn vorhin das mit dem Schwert gemacht, Alter? Ich muss es gar nicht herausfinden. Nein, das war es nicht. Das ist es auch nicht. Hä? Ich weiß. Oh, das wird knapp. Nein. Das ist es nicht. Nein, doch, Mann. Das gibt es auch gar nicht. Okay, warte. Das gibt es auch gar nicht. Ich kriege den hin. Down, down, back, down. Okay. Down, down, back, down. Nein. Ach, Späler. Gah. Okay. Noch mal einen, den wir noch nie gespielt haben. Guck mal in den Hörn raus. Ich bin so schlecht in Beat'em Ups. Ich bin mega schlecht in Street Fighter. Ja, ich habe Street Fighter auch hier, aber ich habe noch nie wirklich Interesse daran gehabt, das zu spielen. Das habe ich mir damals über einen 15 Euro Gutschein gekauft, glaube ich. Shang Tsung. Ist das nicht der Typ, der das Turnier veranstaltet von Model Comet? Ja, ich glaube, ich nehme Sonya Blade, Alter. Ein paar Boobies begutachten. Boobies. Boobies. Hm. Oh, ich dachte, ich bin schon, du bist auch sie. Okay. Ha! Boobies. Was hat's zuerst mal gemacht? Was? Oh, komm, wirklich? Ja! Stinger, was ist das? Äh. Lass mich. Wenn ich wenigstens irgendwie einen Angriff erkennen würde. Holy crap. Oh, toll. Wow. Das bringt's dir bestimmt. Nicht schlecht. Oh. Was für ein Kack. Nein. Nein, ich wollte... Jawohl. Na klar. Ii. Ich bin nackig. Wow. Ich bin nackig. Ich... Nicht schlecht. Gefällt mir. Ey, guck mal, da hinten hängt Kitana oder wie Olufotze hieß. Ich hab keine Ahnung. Da ist die blaue Kuh und da hinten ist die rote Kuh. Und wer ist das? Wer hockt da in der Mitte? Das ist der Typ aus dem Hintergrund. Oh Gott, Planplan, wie noch mal hieß. Ja, doch. Ah, geh weg. Komm, ich will nur eine Runde mal gewinnen. Hast du doch, oder nicht? Stimmt, einen hab ich gewonnen. Tja. Oh, was zum Teufel. Cool. Mach mal keinen auf... Dings hier, Alter. Auf... Ja. Skorpion. Tja. Na, komm, hab ich's gemacht. Fuck. Ich auch gern. Ey, sieht so lächerlich aus. Oh, Mann. Ja, komm, das wird knapp. Oh, nein. Oh, nein. Nein, verdammt. Alter, voll in die Nüsse geschlagen. Egal, ich hab meine X-Ray gepasst. Meine Bubis fallen raus, Alter. Ist so. Echt? Ja, guck mal. Die fallen fast raus. Ja, aber das ist schon von der Flur aus so. Ja, gut. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgend so ein Feuer beschworen. Ja, verdammt. Au. 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 Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hu, hu. Ja, komm. Ich hab keinen Bock, dass du meinst, dass du den Dings benutztest, deswegen hab ich grad ein bisschen Angst davor. Ja. Nein, verdammte. Es war so knapp. Ich hab keinen Plan, was ich mit ihr machen muss, du. Ich hab auch keine Ahnung. Haben wir nicht irgendwie so eine Liste? Move-List? Äh. Kann ich nicht. So schnell finden. Nee, das ist schnell wieder. Das Schlimme ist ja, er steht ja in der Move-Liste, nur, ich find da mal Zeit für, da hinzugehen. So, spüren wir mal online. Online? Ja, online, Tag Team. Oh. Okay. Äh, 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 äh. Ah, hier Team, Suchgegner. Moment, hä, wie? Wo steht nicht Team? Nee, ich, hä, fuck, abbrechen. Äh, wie haben wir das gemacht? Rang, das ist ein Spiel. Äh, eigentlich dachte ich schon über Mitspielersuche. Und dann kann man da sein, äh, teammate auswählen. Achter, Team, sucht Gegner. Ja, eben. Das ist natürlich gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, klar, aber das... Warte, 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 wir erstellen einen Raum. Text hier eingeben. Hä? Kein Plan. Puh. Der Raum beitreten? Ah, wie heißt du jetzt? Wie heißt der Raum? Ich heiße Puh. Puh. Ah, hier. Puh. Alter, Australia, da spielen 37 drauf. So viele auf 3. Puh. Ah, und jetzt? Können wir jetzt ein Team... Achso, warte mal. Hä, puh. Oh. Team... Team Herausforderungen senden? Ja, okay, annehmen. Verbündet Match, und nur? Äh. Äh. Okay. Ähm. Oh, nee, das war falsch. Smoke. Moment, treten wir jetzt einfach im Tag Team gegeneinander an. Aber ich hab's doch verstanden. Das war zwar nicht, dass ich... Das war irgendwie nicht das, was ich wollte. Egal. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich hoffe, dass dann einer... Moment, es ist so Tag Team, dass nicht beide gleichzeitig spielen, sondern... Ich mag solche Tag Teams gar nicht. Wo einfach einer irgendwie mittendrin reinkommt, wie bei Naruto halt. Das ist bei Camper aber immer so. Du kannst halt tauschen, weißt du? Ich dachte, dass... Dass man halt irgendwie zu viert spielen kann. Ne, ne, das krieg ich das Geld. Willst du das machen? Na ja, 4 auf 1 Bildschirm. Ah ja. Ah ja. Schon klar, ne? Ich hab keinen Anbibel, der jetzt aufruft. RB. Okay. Ne. Aha. Moment, bin ich gerade... Das war gerade dein Move. Ach, gerade. Was? Ja, das war dein Move. Ich hab mich schon gewundert. Oh, ich glaube, es war doch LB, nicht RB. RB ist Greifen. Das ist mir gerade mal eben so aufgefallen. Ey, wie ist es aber auch? Ja, doch. Äh. Hallo. Ui. Hihi. Ey. Ey. Sag mal. Geht doch. Ah, fuck, Junge. Nein, ich wollte... Hallo. Ey. Moment. Jetzt hab ich den Dings verkackt, Alter. Nur, weil ich unbedingt mitmachen wollte. Äh. Okay. Wie soll er... Ja, genau. Tag Team. Yeah. Boah. Spüre meinen Matsch. Oh, oh. Ey. Nicht. Lass das. Puh. Ich gebe... Oh Gott. Jawoll. Oh Gott. Das war dumm. Ouch. Wie, das war es schon. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt geht es aber los hier. Merke ich. Dammit. Oh. Alter. Nee. Nee, nee, nee. Nein, verdammt. Der war gut. Das war erst Runde 1. Erst Runde 1. Alter, dass es so new ist. Ich weiß. Heißt ja auch Noob Saiboot. Wie? Der Typ heißt Noob Saiboot. Warum Noob? Ich dachte, er heißt New. Nein, der ist Noob. Ich hasse diesen Angriff. Ich hasse ihn. Ich hasse den Charakter an sich, weil er einfach viel zu leicht ist. Gehen dir an. Und er hat eine Dachkommel. Und er hat immer die beiden Angriffe spammt. Ja, Alter, das ist... Ey, komm. Komm. Jetzt. Das ist so assig. Ich weiß. Oh, oh. Jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber. Ja. Ich bin... Oh nein. Captain America. Oh, fuck. Hast du denn alles gemacht? Keine Ahnung. Ich habe... Ich drücke einfach jetzt gerade doppelt Tasten. Ich merke das schon. Ich nicht. Ah. Oh mein Gott. Was so... Wow. Wie schlecht. Okay, das war... Jawoll. In your face. Achso. Stimmt der andere. Ah, eben noch. Moment. Das ist doch... Oh nein. Wie? Du hast gerade noch gelebt. Ja, habe ich auch. Ich dachte gerade, was zur... Ah ja, komm. Leg mich doch am Arsch. Ne. Schon kann ich nicht Bock mehr, ja. Hm, hm, hm. Ha, geht doch. Ah, ah, oh. Endlich kann ich mal einen. Ich dachte eigentlich auch anfangs, dass das Spiel sowas hat wie Stage, äh, hier. Fidelitys? Nein, nein, äh, dass die Stages einfach wechseln. Äh, nee, in dem glaube ich nicht mehr. Komm, eins, wollen wir noch. Ich habe... Nimm schon wieder keine Lustschmerzen auf das Spiel, ja? Das war, äh, oh Gott, wo war'n das? In den alten Mortal Kombat-Teilen war das, dass die Stage, also dass du so jemanden durch eine Mauer schlagen konntest und dann warst du in einer anderen Stage oder sowas. Das war jetzt mal ein bisschen Bitch-Power. Meintest du das oder was genau meintest du? Äh, was hast du gerade genau gesagt? Dass du, dass du halt Leute so durch die Wand schlagen kannst in einer Stage und dann bist du halt in einem anderen Raum und so. Ja, das meine ich, das meine ich, ja. Oder einfach aus der Map rausschlagen, ja. Ach, du hast jetzt Bitch-Power, Alter? Ja. Dann... Mach' ich Robo-Power. Na gut, na gut, na gut. Mit dem kann ich auch überhaupt nichts, aber... Oh fuck, wer von beiden war jetzt Sektor? Ich will eigentlich den Stage-Fertility machen. Stage-Fertility, okay. Ja, in manchen Stages kannst du das machen. Hier ist zum Beispiel, da haust du dem Typen auf die Fresse und packst seinen Kopf in die Lava. Oh. Was macht man mit dem? Wenn ich kein... Kein Move kann, mach ich einfach die ganze Zeit Uppercuts. Oh nein! Oh nein! Bitch... Bitch-Slap! Hätte ich auf ein B gedrückt? Naja, egal. Bitch-Slap! Ach, krumm. Oh, was war das? Ich weiß nicht, wie es geht. Oh wow. Alter. Fart mich nicht. Haha! Oh nein! What in the fuck? Oh, dein Arsch! Haha! Äh... Ho! Aaaaah! Haha! Hallo! Wuhuhuhuhuhuhuhu! Oh nein! Holy shit! Woah! Ohohoho! Alter, nicht schlecht! Fuckin' tits! Oh, komm! Wow! Das ist ein 3-Inch-Punch, oder was? Haha! Nein! Okay, weg! Haha! Uuhuhuhuhuhuhu! Scheiße! Kriegst du wohl nicht kriegst! Ha! Oh oh! Nein! Gäh! Aber das bringt's voll. Einfach X, Y, Y, B und A gleichzeitig drücken. Alles, alles, okay. Ja, stimmt, das bringt's! Oh Gott, was hab ich jetzt gemacht? Ah! Voll cool! Irgendwas, was, äh, was gebracht hat, ja. Häh? Was zum Teufel? Äh, wa... Haha! Oh Gott! Ach, verdammt! Ich hab den Charakter gewechselt, wie hab ich das gemacht? Höh? Wieso bin ich der Rote auf einmal? Das hab ich auch gerade... Eeeh! Ich hab ja vor allem auch die ganze Zeit den Charakter gewechselt, was um mich rum. Oh nein! Nicht schlecht! Haha! Haha! Oh mein! Jetzt bin ich rot! Und jetzt bin ich gelb! Ja! Behindert, Alter! Oh nein! Nein! Ich will auf die Seite! Ich will auf die Seite! Upp! Ey! Oh! 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 Schlecht! Oh! Springsvoll! Jawoll! Holy! Wow! Oh! Boah! Nicht schlecht! Ah! What the... Nicht schlecht! Nein! Komm! Noch nicht! Nein! Noch nicht zu Ende! Na gut! Verdammt! Ich dachte... Ich muss kurz gucken! Ich muss kurz gucken! Ich muss kurz gucken! Ich muss kurz gucken! Das geht mit dem einfach nicht! Ich will das war der... Oh ja klar! Das war der falsche Charakter, Alter! Ich hab bei Sektor geguckt! Nicht bei Cywax! Ey! Direkt noch eins! Das macht irgendwie richtig Spaß! Einfach nur welche Button zu smashen! Und dann die, äh... Die Kombos zu bekommen! So ganz random! Ganz random! Daaaann... Der hier sieht irgendwie Bedrohung... Das sieht scheiße aus! So... Äh... Der... Der... Ach ne! Jetzt hab ich den Noob Cybot! Egal! Bin ich rechts oder? Ich bin rechts, ja! Oh oh! Jawoll! Du kannst mit ihm irgendwie so richtig unfaire Move machen, aber ich weiß nicht... So gewinnen also alle online! Jetzt versteh ich's endlich! Was? War das gerade? Ach das war gerade der eine Spell dann? Oh! What the fuck! Äh... Was? Ich weiß gerade ungelogen nicht, wie dieser eine Move geht von ihm! Ich hab keine Ahnung, wie ich grad den Move eingesetzt hab! Ich hab keine Ahnung, wie ich grad den Move eingesetzt hab! Hopp! Hadouken! Wie geht denn dieser eine Move von ihm, Alter? Ich komm mich drauf klar! Ja! Jawoll, ey! So macht das echt Spaß! Du machst hier auch nix! Hab ich gerade irgendwas gemacht oder warst du das? Das war ich! Scheiße! Alter, was?! Alter, was?! Au! Nice, Angriff! Ich muss jetzt nur noch in die richtige Richtung schlagen! Scheiße! Alter! Alter! Aber den kannst du schon, oder? Was? Den! Ich weiß gar nicht wer das ist, Alter! Achso! Ich drück einfach nur irgendwas! Jawoll, gut! Ah! Ich weiß noch keinen Fatality mit dem, ist mir grad so aufgefallen! Oh oh! Jawoll! Vielleicht krieg ich noch gar nicht mehr hin! Bin ich doch ein bisschen ängstlich! Nein! Nein! Oh! Oh, das wär knapp! Nein! Warum immer UpperCut? Warum immer UpperCut? Weil der am einfachsten ist! Ah, wie macht man den überhaupt? Äh, runter Y! Echt? Ja! Lol! Yeah! Button Mashing! Vor allem, es klappt irgendwie auch! Das find ich am merkwürdigsten! Egal was man drückt, irgendwas macht er! Ja, ist so! Das wollte ich nicht machen! Ah! Also! Aha! Ha! Ah, verdammt! Wieso wechsle ich über den Charakter? Ja! Das will ich nicht machen! Oh nein! Au! Okay! Was zur... Alter! Oh nein! Jawoll, endlich! Oh nein! Was in... Was zur... Eieieiei! Auf hat er da du! Ah! Ah! Hö, ich leb noch! Loin! Du lebst noch? Er lebt nicht mehr! Ja! Das war's dann schon wieder! Verdammt! Ich hasse diesen Eingriff! Ich weiß nur noch nicht, wie ich ihn mache! Aber... Der Apokat ist vielleicht ein bisschen OP, ich weiß nicht! Geh doch! Aaaaah! Oh! So. Das ist eigentlich voll dumm, du ein Roboter bist und kein Mensch, aber... Naja, irgendwie, ne? Du hast... Passiert halt nichts. Du hast ein Skelett und bist tot. Achso. Da ist also doch was. Ja, aber... Mh... Schönes Spiel. Ja. Ne, Leute. Das war's erstmal mit Mortal Kombat, ja. Ja.